Auch das ist Wien. Wem haben wir da? Man kann es schon lesen. Franz Schubert. Riesengroß und wunderschön. Aber der Schubert ist nicht alleine, denn da drüben, wie man bei einem anderen Video schon sieht, der Johann Strauß, dann drehen wir uns weiter im Kreis, der Mozart und da drüben der Beethoven. Ja, das ist Wien, sage ich nur. Ciao!